ich bin Karl und wir telefonieren mit Tifon Moin Moin, äh, ich mach mal ein Video ähm wir haben schon viel wie ich es gemacht glaube ich äh mach schon ein Lobby okay, ähm ich werde gleich sehen was ich gekauft habe hast du mich schon eingeladen? ja okay, du hast mich schon vorher eingeladen ähm, ich sag jetzt auch nicht aber ich hab noch ich hab noch immer mein Motorrad, aber ich hab eine Karre die was ich aber noch nicht zeigen werde sondern, äh, ich bin mein Freund reingehe nur zu wissen, äh, ich werde mit meinem Freund ja, und wie lange ich Videos machen werde aber ich hab eben frei, das ist auch sehr gut ey, ich freie aber es ist halt sehr gut ja, äh ähm ja, äh ja, wir machen halt einen Job der Job nenne ich ähm und dann machen wir kein Brenn oder sowas kann man ähm, ähm das ist ja nur zu wissen ich schreibe, äh ich schreibe, äh und die Kontale natürlich ey, ihr eine neue Folge von Black Ops 3 wolltet also, ich weiß nicht, ähm, warum meine Freunde haben geschrieben ähm, halt Dresden Carlo habt mir auch geschrieben wie soll man eine neue Folge machen, was ich auch vergessen habe stimmt's gerade warum wir eigentlich erstens, äh, bei ersten Mal habe ich mich dann mich schon getraut, die Kamera anzumachen und hier ist meine geile Kante, die habe ich aufgemotzt aber meine Freunde sollen meine Karte nicht kaputt machen und dafür habe ich immer mein ganzes scheiß Geld äh, scheiß Geld ich meine, mein ganzes Geld auf den Auto geschlossen aber, ja, äh 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 ich glaube, äh also, ich schlafe schon lange also, weil es vielleicht krank wie lange ich schlafe werde ähm, ich versuche natürlich wie möglich aufzuwenden wie ich nach aufzuwenden äh, machen und ja Leute, äh natürlich ja ja ich habe keine Wohnzimmer äh, ich bin kein Zimmer sondern ich bin mein Wohnzimmer wo meine Eltern sehen zu uns ähm ähm die Hintergrundmusik ich bin halt schön, das halt ein grottischen grottische Musik ich bin halt grott ähm ich war halt die Musik und ja ist gut äh 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 schreibe unter den Kommentaren oh mein Gott, ich hasse den Killer-Clown aber nur wissen wer hat okay, da ist gerade eine Feuerwehr oder eine Rettung gewesen ja äh ich glaube, wenn wir eine Rettung gerade da oder ein Feuerwehr, keine Ahnung äh nur zu wissen, was ich gerade sagen wollte sollte ein äh lautes Geräusch sein bei uns warum, wir haben ein Fenster wir haben eigentlich trotzdem was 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 euch okay äh mein Freund stimmt jetzt auch moin äh nur zu wissen, heute sollten wir Schimpfwörter leiden unamtsichtlich sagen, das tut es da leid, natürlich, wenn wir Schimpfwörter sagen, dann entschuldige ich und mein Freund auch natürlich er wie alt Schimpfwörter gesagt haben, natürlich uns halt nicht so nennen, wie Schimpfwörter sagen, ne ne nimm den Killer-Clown-Maskehalter du bitte nach Killer-Clown Leute, wer hat Angst von Killer-Clowns? also ich habe ich habe jetzt nicht so extrem Schiss von Killer-Clowns aber am meisten, ne die Trash-Bee, nah den Hauptstück also sollte jetzt irgendwer eine Knache haben oder eine Maschette hätte ich meine ja hätte ich einen Taser gekauft und hätte ihm getastet warum lab ich jetzt Hannes auch so, ich habe, ob der lab nicht zu viel an darf ich mein Tourkontisch machen ah natürlich nimmst du oh mein gott hey Carlo hey Carlo Carlo ich mach trotzdem mein Turbo-Gilch, Junge ich bin nicht schnell Carlo ich mach trotzdem mein Turbo-Gilch, aber ich überhole dich überhaupt nicht Leute, schreib mir in den Kommentarbereiter, Carlo ist richtig schnell ja ich überhole dich gerade ein bisschen äh ich muss gerade eigentlich aus, äh mein Geschäft machen, also Geschäft heißt, du hast du gehen ähm ähm und du bist Leute, ähm äh es tut ja vielleicht leid, denn die ey aber ey aber vielleicht auch stehen Leute wissen, sollte ich im kalten Beispiel schimpfen, was wo hab ich mich getroffen wo hab ich mich getroffen du Berni ok du hast mich getroffen warum hast du mich nicht getroffen aber ich habe versucht auch noch ab ab zwei Jahre nee du passt mich einfach richtig fett ab pfff Leute sollen mit Trashman Schimpfart wachen das tut uns dann warum nimmst kein Speed ja okay es war gerade ein Fehler du gerade kein Speed genommen hast am ok wirst du halt schneller als mich ja ja apropos äh karlass uns kenne reifen abballern und oder das kopf abschießen ist wieder ungefähr ich hab ihn schon boah äh 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 b äh dumm nie ich gehe nicht von die wahl von die buchsobs ob so kloppt und das kapitel und ich wollte sagen die blöde wand ist so recht gratis werden kann also nur zu wissen leute erst leichter und ja drückt den bell es heißt mit dem bell natürlich kein video verpasst und ja dann könnt ihr auch kein video verpassen ist wieder netz um ein gott ob ich dich nicht habe ich habe das vorgang punkt 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 nicht ich kann nicht bitte warte am seien wie sweet ja du warst sie schon so wie er kann man da schon wer ist man da schon ein paar lange nicht reifen oder sich wo kommen aber warten nicht spaß doch warte ich sag 1 2 3 go oh mein gott wo ich muss abonnen warte das bleibt warte 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 ok warte aber ich warte aber dann oh mein gott warte auf mich bitte ich muss gerade auf den punkt nur zu wissen ich schlafe gerade kurz auf dem punkt warum ein autos gabstack nichts erwerter fahren er hat mein auto auf fackenstag ist hallo du bist ein auto Junge ich bin gerade zu Fuß am Weg der Kinder ich habe keine Versace keine Raketeleiter wie du wo es ein Jahr herr und die Elbjörd Junge ich habe den Fakten zu 4 Junge auf 1 zu 4 also nicht mit minko meiner mien sind noch orga das war keine gute idee Sie wissen nicht, was es ist mit dem Herz. Sie wissen nur, was es ist. Wenn jemand weiß, dann kann der Doktor sagen, was es ist, was es ist. Karls, ich werde nicht in die Mitte gehen, oder? Sie wissen nicht, was ich sage. Als ich mich in die Klinik kam, habe ich mich in die Klinik gefunden. Ja, warte, ich muss kurz wieder neue Dingsten. Ja, warte auf mich, wenn du jetzt vor mir bist. Okay, go. Oh mein Gott, wie schnell bist du denn? Leute, es tut mir gerade leid, ich war zu locken. Oh, habe ich deine Reifen abgebangen? Ich wollte gerade deine Reifen, ich wollte dich abballern. Deine Reifen waren nicht. Leute, es tut mir leid, ich schimpfe. Ich habe das, glaube ich, schon mehrmals gesagt. Aber es tut mir leid, ich schimpfen werde. Warum? Ja, das ist halt eben so. Vielleicht, wie ich sage, jetzt schimpfe ich heute nicht gut sind. Willst du noch vor mir warten? Ein Pimmelberger. Alter, mein Arm tut gerade weh. Leute, mein Finger tut gerade weh. Ich gerade ohne Pause. Ja? Außer ich Crash gemacht habe, habe ich Pause gemacht. Habe ich gerade ohne Pause meinen Finger durchgehalten, um mit Speed anzuholen. Leute, ich hole mir die 200. Warum? Ich warte auf Weihnachten. Warum? Ich kann nur auf Weihnachten warten. Dann kriege ich die zwei, äh, die zwei, äh, vier Karten, meine ich, die zwei, äh, vier 50 Karten und dann können wir loslegen. Also, ja, ähm, ich kriege dann halt natürlich die 200. Halt mich zu. Wenn ihr jetzt nicht rechnen könnt, rechnet einfach, äh, äh, viermal. Was? Viermal? Also, rechnet 32 Millionen. Ja? Also, ihr macht 32 auf dem Rechner. Punkt. Null, Null, Null. Also dreimal die Null wieder. Punkt. Dreimal Null. Kein Punkt. Punkt. Macht dann X hin. Dann tut viel hinschreiben. Dann kommt 32. Was? Nee. Schreibt. Wie viel Geld kriege ich eigentlich kann? Wie viel Geld kriege? Warte mal. Kann ich viel Geld ich kriege? Äh, warte mal. Ich guck, äh, ich guck, äh, ähm, also nicht losfahren. Warte, es geht mit Zeit. Oh, scheiße. Ja, okay, Leute, äh, wir können nicht stoppen. Das ist scheiß Problem. Ich hab das Wort gesagt, was du nicht würd und sagen. Äh, Leute, es tut mir leid, ich bin das Rücken. Äh, ich kenne schon, werde ich sagen, sonst. Ja, weil ich bin YouTube gebannt. Ich hasse das. Ich wurde eh nicht gebannt bei YouTube, aber zu Glück rechtlich gebannt. Ja, zu Glück, zu Glück, zu Glück. Nicht fliegt, ja, damit. Ja, mich halt natürlich wütend, wenn ich gebannt werde. Äh, warte mal kurz. Ich guck halt nur nach, okay? Also, wie viel das kostet, die Karte? Nicht losfahren! Nicht losfahren! Kapisch nicht? Äh, warte mal. Ich geh mal kurz. Oh, wow. Ich kann da nicht ein Rennen loslegen. Nicht ran! Du Bornhirn! Spitz! Oh, oh. Oh, oh. Falsch, klein Fallschirm. Ja, besser nicht. Was? Achso, du bist tot. Ich bin nicht tot. Zum Glück. warte ich in den punkt 1 ok nur schnell aber hallo macht so ein punkt land ist er ist ein king oh nein ich muss kurz den jump machen ja du bist mir jetzt hast du spät ne oh mein gott und er will schatten warte ich wollte eigentlich haben aber ich bin jetzt nicht so gemein als die leute noch zu wissen ich habe jetzt keine böse kommentare der spiel ja nicht zufrieden und mein freund macht gerade crash und ups ich habe nicht geholfen geholfen und ich kann nicht abbrechen eigentlich haben wir voll gesprungen oh 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 ja gut wir haben es geschafft ein die alte selbst ist ein arschloch man danke ich muss neu starten wenn sie nicht schaffen man versuche jetzt mal den jump ja ich habe ich schaub so jetzt willst du aber schafften warum du brauchst wirklich sehr viel speed oh hi dank für das buch okay jetzt kommt auch der boost ich habe wie lange man springt hier das war geil speed nein ich habe falschen ich habe 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 also ein leute ist es jetzt nicht so ein gefährliches schimpfwort spielen ich meine es nicht dich also ich meine ich bin es auch ich bin es eigentlich die ich jetzt verspültig nehmen sollte huren sollen sitzen schimpfwort ja oder miss geburt die die mutter so zum beispiel sagen das hat mich so extrem angenehm in deinem herz also leute wird ein freund haben er sollt ihr das sagen musste ich schnell euch entschuldigung warum mein freund hat es ist nicht immer gesagt und ich habe natürlich wieder die entschuldigung angenommen das ist meine leute sollte ein bisschen freund deutlich büten werden was ich natürlich ja also ich habe einen freund der ist kann wer heißt aber ja der hat meine mutter mal bestimmt und passen so extrem sehr ich bin doch bestimmt habe dafür hat er hat er meinen vater gestehen habe ich wirklich nicht da war ich glücklich sind und ich habe die musik baulich denn ich bin aber auch was auch was auch die 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 in die aber es ist wie es nicht schub so geht an der jahre dadurch entschließt sich die bremste alter wer wird stehen bleibt steht zurück zurück ich mich gleich bitte nicht okay gut jetzt warte mal ich gucke ich komme neben dir ja du jetzt nicht schon ist warte so 1 2 3 ok ich habe ein bisschen vorgang nicht rein schützen ich wollte so genau abmessen ich nicht reinhüpfen nein was mach ich ich hüpfe genau irgendwie rein erlebungen jetzt keine portion die rein mann fast kein geld ja gut dann habe ich nur geld 6 5 4 3 2 1 knapp junge er ist aber schuld immer rechtzeitig eingehen du hast gerade drei minuten drei minuten noch gab ja jetzt griff seite glaube ich schon viel aber nicht so viel als ich und karl guck mal ich habe ein auto der muss man muss den 4 415.000 bezahlungen und dafür wäre es auch nett wie das geld auch gleich gibt ja guck ist auch nicht so ich auch nicht so wenig 6.000 raus gehen 4 gut er hat das wissen was zum sagen seitens mit dem mit der spiel also ich will sie nicht öfter sagen öfter öfter und das blau blut er sollte schimpfen dann werden wir sind jetzt wenn ich ernst die menschen spaß ja das ist eh was du spaß wärst also ja verschießt ihr was passt ja also manche versteht ich und er spaß ich habe gerade meine karte am start wie viel geld habe ich war meistens geht man in meinem bank ich bin ich nicht ja ich kein bock habe wieder mein geld wieder zu holen das heißt ja meistens so ich gucke mir zu gehen das war nicht zu wegschluss schießt du grad wo schießt du hast ihre munition ich gehe weg ja so ist es jetzt nicht so extrem ja ja ich gehe nicht damit damit schießt haben nicht mit echten wochen was kann ich nein du schießt mich nicht ab ich komme mal ein selten netter gruppe man ich habe ein leben gerade weiß was ich hast dich ich hast mich warum hat immer und sage ich zu mir ich hasse ich ich hätte gelassen ziehen aber er ist aufmarschig raus er ist so ja mal auf dem erstgrad dessen wie diese blitzen ich ließe mal nur mit der autoren machen keine scheiße und karl über die geht dafür ist man zu viel weg juhu ich muss schnell weg ich glaube ich nicht so richtig weg mal auf der ob sich ein paar bringen warum was ach so jammern ein junge warum höre ich gerade so schlecht kann es sein kann es sein ich probleme habe irgendwas ich glaube nicht warum ich eigentlich sehr gut aber hat meine helis glaube ich leider ihr habt mein helis lassen das ist eine leute sind ähm sollten wir ein spiel machen er könnte uns gerne befreunden ihr seht unser name stopp das video ähm was ja das heißt so also wissen so heißt man da kommt was man konnte wenn die länder konnte ist nicht so sondern das ist ein youtube-kanal warum ich jetzt auf meine mama gemacht haben wir natürlich ja ich glaube ich wieder ein kanal heißt ja das ist er nur zu wissen ja man kann wo alle was ihr busfahrer machen wie eine karte zu staunen solche einordnen ja das ist schon sehr gut machen aber kann man macht licht aus meiner schuld geil aus das wissen ich kann verstehen und zu wissen guckt auf kann auch sein wie es warum das ist auch cool und ja und warum hast du erst aber wenn das rät ist es nicht mäßig ich habe auch mehr crash aber gerade es richtigen facken trifft maschine oder aber weiß warum ich mag das uhr warum man kann geld kurve machen so was sollte ich den sollte ich den ganz auf dem ort der lassen bleibt da ich ihn ganz auf motze er karte warte mal kann ich jetzt nachgucken wie das kostet und dann kann ich gucken egal ich muss nach ja natürlich ich muss aber nachher ja bei youtube weg man youtube ausmachen und sehen die leute naja wie wie viele können dann immer ein links reingehen meine karte was meine karte die können nicht mehr kommt dann sondern sie können meinen account irgendwie sperrt was war das denn bruder erlöhne warum würdet meine karte so viel habe die falschen reifen geholt oder was das ist es die richtige reifen wie driften karlow ja mann wird doch auch mal die buchte ich weiß man sich gar nicht sehr schwer leute ist es tut mir so leid der mit verspielen zu finden laut schreien ich meine freunde laut schreien aber die karte ist sehr sehr schwer zu fahren warum man braucht lange warum sollte man flüchten wollen dann ist es sehr lang soll ich fliegen warum du kannst nicht landen ja nur zu wissen kann kannst landen erstens ja wie man sagt er hat ein schwer richtig die schwierigkeiten auf landen ich hatte ich hätte er mir kado helfen dann gibt er auch das er hat nur zu wissen leute ich werde mir einen mutter zu holen sollte aber das geld haben wir nicht mehr und ja jetzt muss ich mir mal ich habe es sei denn es ist nicht mehr wichtig Prozent nichts sagen aber die treffe mich die die aber einmal spieler hat und fest person er sieht man besser carlo ja man sieht hallo ich bin fast person man sieht man besser weil ich muss ausdeckung rausgehen ich snapen kann festbörsen leute zieht aber merke ich ja ich aus first person rausgehen warum also ich will tun in first person ausdeckung rausgehen wissen mehr gefährlich aber um da können nämlich richtig fett abballern olas gesehen kann er hat geschossen eine kippe der menschen ist nicht tot oder doch ja Nein, da ist noch einer. Raus, raus, raus. Bisschen leise gerade. Mein Papa schlafft. Carlo? Ja. Ähm, so eines tut. Carlo, go, go, go. Ich fahr den. Wie sie mit mir steigen. Ja, Carlo, aber da musst du halt schneller. Warum du jetzt mit mir steigst? Dann kriegst du halt auch noch Geld. Also kriegst du auch gleich Geld weg. Carlo, komm, 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 komm rein bei mir. Schnell. Komm, Carlo, da musst du nicht sterben. Komm, komm, komm mit mir rein. Nein, ich bäh, ich bin. Ich komme raus. Boah, wo du das machst? Wir haben einen übergelten, ja. Also mein Auto ist richtig geil. Bisschen gut. Ich schaue das. Oh mein Gott. Hm. nein das ist ein bisschen mehr gruseliger leute warum ich hier angst habe von first person warum die first person nicht alles aber ich weiß halt nicht wie man damit fliegt und dafür habe ich angst ich jetzt kein crash machen warum ich habe angst leute leute mein freund spammt mich wieder mit einer an dieser arsch ich will ein video machen wie echt nur ein video okay er hat mich jetzt nicht volksberg in englisch ein video machen wirklich luke 1 sparen kann wir aus dem lieben ließ das bloß was ich sage noch bloß ausglauben oder andere freunde von mir ist wer mich einfach ein warum ich youtube machen natürlich oder ich kann ihn machen es wenn ich habe ich habe ein freundes folgesperrt der muss mich folgsperrt hat er gesagt hör auf ich sag ja hör auf du auch er sagt nö er sagt ich auch nur ich bin ich auch vor es kommt damit vor ich bin ich bin mit ihm folgt er hat er ein gang crash aber ich lade ihn noch immer ein aber ich habe ja auch immer noch immer noch da sparen und ich habe ja auch immer noch immer noch da sparen genau vor uns in städte geben auf karte und guck mal wo dings ist weiter fliegen weil sich schnell ja auch noch stücke dann gucken auf den fern auf den fernseher und jetzt guckst du also die jungen mit diesen autos richtig schwer die aber stößt ich habe keine fehler gemacht Obst, 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 Obst Oh mein Gott! Guck mal wie knapp mich dabe ich bin What the notion is, is hmm team Wollgan ost Ich-bewerbung Prozent wo bin ich ja es kann ich nicht schaffen ich glaube die Mariener man geschafft wir es ist nicht mal so extrem schnell wie ich mache also wie lange schon wie lange machst du schon youtube ja ich sehe gut warum nicht haben wir auch gesucht gerade wie warum ja man ups 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 88 prozent hat das brennen also ist brennen nicht wie erst brennen leute dafür zockt nicht einfach in nacht dort einfach sommer ja so den nachtzocken ausmacht und lachen seit nicht so wie uns ja noch nicht ein bisschen schon kinder aber wir sind profis im nachtzocken ja egal ob es 98 level egal ob es blöde ist luca hatten test pläne er zockt nicht geht er online sondern er zockt dings story modus was tun muss wo junge es hilft überhaupt nichts ne was auf junge aber guck mal wie mein ort und wüftete die mann hatte kurve hatte kurve geht nicht mach ich das mache ich das hallo hast du revoyver niemand revoyver ne der ist instant was passiert jetzt klar dass man auch zerstört das sind ich auch aber warte die haben auch zerstört die haben ein auto zerstört das in die wüsten die werte es wüsten ja auch schlechter warum hatte man auch zerstört hier feuer und dann ich sah ich halte es zu viel ich habe es ich 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 habe ich habe ich dieser scheiß auto alter warte kann da kommt er kommt der ist ein fahrer der kunden die karre werden immer blocken bitte jetzt gehe ich in die andere seite oh mein gott ist so dumm und kann ich fahren er kann nicht mal gescheit fahren ich bin gestorben außer gefecht ja aber du lebst noch zwei hits berechnen schuss ok du hast ja gut 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 es ist jetzt gut jetzt brauchst du jetzt brauchst du halt nur fünf hits dann bist du da ja wenn die karte ist richtig fisch als die karte richtiger felds gerade ist richtig bei mir ist sie gerade richtig seitlich geflogen bestanden standen zehn tausend 100 dann oben digger hallo machst du dann hoch hallo ok was schon jetzt macht mission ja ok dann weiter habe ich schon los überleben aber kann wie verliegen geld dafür scheiße was also man kriegt 100 euro pro tod alter alter ja aber ist wie viele punkte machen jetzt nur wer ist das wenige punkte nicht so viele macht maximale 5 minuten 15 das wäre jetzt nicht so gut warum jetzt minuten 15 mars leute notwisten 16 teams also es gibt 16 16 leute ja es wird mit hälften geteilt warte eigene waffen oder nur die waffen was man hat ja gut dann nehme ich aber jetzt meine op waffe leute warum ist meine op waffe ist nicht mehr ist meine ok meine und gehe ich schon wenn man um mg ist meine op waffe eigentlich aber ich will sie jetzt nicht ich hätte nicht so extrem wer ist das nicht fährt unterbinden spaß ich nehme eine mg hoch junge wo hast mich jetzt getroffen er hat mich im schädel getroffen komm ich will ja wohl willst ja bitte käme ich habe nicht ich bin dein freund ja ich will nichts antun ne er kann wo bist du sagt ja siehst du mich ja wo war ich ja wo war ich ach du hast du dich ja verstanden du siehst mich ich ich ja ich habe ich habe aber ich habe kein ding es gab wer nicht es ist ich aber ich habe ich habe mit macht die musikstuk alle ich habe sie so spannend halt sehen nur sind mehr spannender bei den geht siehst du mich hey du warst ja man kommt von hinten so ein Arsch komm von vorne sein Mann du musst dich zurückziehen los gehen die nicht nein das geht nicht hallo kann ich dich bitte einmal killen tot doch bitte ich will dich einmal nur killen hey junge du bist wirklich ein Arsch guck du du mich killst du runterfalls lass ich mich gehen aber ich runterfalle bist du ein Arschloch was meine sei denn fair man sei denn nicht so ein Arsch soll ich es nicht sagen aber es bist du eben was du Arsch du Harzkopper junge junge Harzkopper nicht mann du Pimitberger ist egal ist egal und da ist nicht ich sag nur was ey ey bitte lass dann doch der Posner Tato der Tato und Posner Jäger wenn er mir lebt nein 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 wow darf ich dich dappen dumme nicht ist das nicht die Sadeal Monika das ist das ist ein wau ein Erkenntnis ist jetzt verboten oder was ja das ist nicht ja du die 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 du Arsch ah das ist ihm was ja du klavier nee du klavier was hast du egal warte kann man eigentlich ja warte kann ich muss kurz mein geld in meine bank geben eine kurz okay nur käme ich das ja da habe ich ein freaky habe jetzt mal er und ich habe ein ganzes geld in meine bank ich glaube ich verliere kein geld aus krieg du kriegst die kinder 0 gates es kann es auch nur machen und krieg jeder ja warum von p mann baukundig seo das in pc in game jockey weniger so p war es ist schrumpf lente so op oder was ist jetzt für dich verboten was auch schon viel geschwindel benutzen und da habe ich da nicht darf ich ja nicht benutzen was wenn du von hinten was und so auch darf nicht es ist alles man darf alles nehmen der musik und sie ist doch nicht verboten ja bist du sagst mal ich bin bekämpft du bist mir egal ich kämpfe und du kämpf ist halt wir Das ist ein Dinozorium, das ist ein bisschen verbunden. Das ist ein Dinozorium, das ist ein Dinozorium. Das ist ein Dinozorium. Sie ist ein Dinozorium. Sie sind ein Dinozorium. Das ist ein Dinozorium. Wie kann ich ein Dinozorium sein? Okay, etwas anderes Mal. Hey, warte, ich kann nicht gestern rufen, wie 500 Euro reichen gäbe. Hey, warum kommst du aber 500 Euro? Was? Ich meine, warum kann ich nicht 500 Euro geben? Was ist das? Oder ich habe alles in meine Bank gegeben. Hey, warte, ich will mich mal kurz nicht. Ich muss kurz 500 Euro wieder abheben. Das wäre auch nett, wenn ich nicht keelze. Dann wäre es ein bester Freund. Ich fühle mich als Opa in einem Zuhause. Abheben. 500. So. Ich weiß, wer du da bist. Mal gucken. Hör auf, du Huren! Ups. Wollst zurücknehmen? Was? 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 Ich? 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 Was? Ich? Lachen und Lachen nicht vergehen. Warum nicht vergehen? Komm zu mir! Ach, bist du eine Pussy? Oder hast du keine Eier? Oder hast du keine Eier abrasiert? Äh, abgeschnitten. Komm doch gerade, sei keine Pussy, bitte. Hey, du Arschmann! Lass mich mal ein bisschen aufholen. Ich will nur sechs Käse, das ist alles. Da! Da, nehmen wir rein, meine! Toi, to! Zunächst zu dir kommen! Stah, hier! Prischa-Evrutski! Prischa-Evrutski! das in zunächst Cold. Wow! Jaaa! Ich spiele jetzt! Nervt nichts! Mann! Wo bist ich? Damn! Und da steckt sie in den Arsch. Sie hat einen Akt bei diesen schädigen Leuten verbracht. Sie findet es hart, die dort in der Realität zu akzeptieren. Tom Carlo, 11 Minuten noch. Tischmeter und die Dienfügel hier sind Geschäftspassner. Es ist nicht ungewöhnlich ein Buket zu schicken, wenn jemand krank ist. Und das Buket habe ich bei Blu da hinbringen lassen, habe ich nicht bei Blu? Hey, hallo! Weil man nur damit sehr viel kommt. ...dann habe ich direkt an dem Tag erledigen lassen, an dem man sich 300 Meter auf das Haus verlassen hat. Nachdem du jetzt alle Antworten hast, möchte ich dir etwas sagen. ...komm nach Hause, meine Liebe. Komm zu uns nach Hause. Ich heirate dich in eine vernünftige Familie an. Wenigstens müsstest du da nicht ganz so viel leiden. Jetzt hörst du mir lieber ganz genau zu. NIE, NIE! Ja! Jetzt ist es richtig, damit nicht zu füllen. Ich habe eine Lustbeleidung. ...dse stärker wird unsere Bindung. Und ich habe einen wahnsinnig Weg für dich. Wow! Wenn ich nur nichts kann, aber kann ich trotzdem noch zocken. Ich werde die Kaution für Sie da irgendwie zusammenkratzen. Ich kaufe ihn schon irgendwie frei, egal was es kostet. Hallo? Gut, 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 gut. Komm her, ich bin schon mal dran. Oh, wir sind gerade in der Schuhe. Also. Mann, Chef, der ist ein fein, ich bin hier. Ah, der ist nicht so böse. Jaula Akbar, die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. Geht weiter. Na ja, dann wird mein Werkzeug sein, mit dem ich meine Stellen zu gut eroberne. Na los, steh auf, ich fühle mich etwas weh. Was machst du denn? Das war mit Sniper, das zählt. Denny, das ist mir das zu machen. Was machst du? Wow, du verdienenherst. Wir haben alleの Kogen, die in die Nachschiede. Wie kann ich, wie kann ich jetzt reden? Ich bin jetzt hierherst. Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Wie viele? TaÓ, es hat sich eine große Kogel. Na ja. Du bist ja hierherst. Ich bin zwei, zwei, meine Mädels. Man ne ist, wir scheinen, dass du es. Missing sich dieses Jahrstuhl? Ja. TaGel. Aber, ähm, nein, das ist gut. Sorry. Bablu, versuch weiter, Roshni zu erreichen. Was soll ich sagen? Didi hat sich für etwas Grausames angeboten. Ja, geile Schnappers, ne? Aber wir tragen ab jetzt die Verantwortung. Bablu und ich haben noch einige Ersparnisse, die wir dabei haben. Bitte akzeptieren Sie dieses Geld. Sie haben Recht, aber... Dieser Sturz...